40 begeisterte Jugendliche waren heuer an der EPS beim Jungfischertag mit dabei. Unter Anleitung von Profis lernten sie alle Facetten des Fischersports kennen. Nicht nur das Fischen selbst wurde gezeigt und gelehrt, auch die Ausrüstung ist ein Thema beim Jungfischertag. Was fasziniert eigentlich die Jugendlichen an der Fischerei? Wenn sie einfach gespürt sind, sie sind einfach selber gesessen, so auf die Art. Aber auch Ruhe und Kontemplation in der Natur ist ein Teil des Fischersports. Hatte was gefangen? Nein. Wird schon gekommen, gell? Mhm. Und warum machst du da mit? Weil es mir Spaß macht. Dann haltet ihr die Dame, oder? Und dann gibt es natürlich auch die Momente des Glückgefühls. Danke schön. So, jetzt sind wir dran. So, schau dir der Tisch. So, schau dir der Tisch. So. Das können wir seitlich ausholen. Und da tun sie sich jetzt gerade ungefähr. Dann haben wir ein bisschen die Spitzen ein bisschen. Ich will gerade auch beizen. So. So. Was gibt es Schöneres, wenn dann nach einem erfolgreichen Fischertag das Fischlein auf dem Griller putzelt? Okay. So schau dir die